Leute, heute springen wir mal ein paar Runden in Fortnite, in der neuen Season. So, wo landen wir? Springen wir einfach mal raus. Wir nicht snacken uns gleich mal. Schließen, dann kriegst du. So. Pick auf alles gerade scheiße. So. Wir hoffen nicht. Gott. Zack. Zettkissen. euch mal pumpen munition endlich ich möchte gleich den gegner der sich da gerade das war es mit dem hat sich gefreut dass eigentlich statt für mich erobert hat dann wird auch gleich schon gekühlt so ist das leben und dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da ist er ja schon gewesen. Ey, Weihnachtsfischi, man schießt keine unschuldigen Menschen an. Hä, war das nicht mein Kill? Was ist das denn für eine Scheiße? Ach, da vorne ist er. Sie leben auf jeden Fall nicht mehr viel, nur noch acht. Sieben Gegner noch. Ich will mal die Fähigkeit für den Fight aufheben. Ich will mal die Fähigkeit für den Fight aufheben. Oh, Digga. Stress mies. Stress mies. Oh, Digga. Ich bin verkackt. Oh mein Gott, Digga. Best Player auf dieser frischen Erde. Also, was war denn das? Ich dachte schon, das wäre mein Ende. Oh mein Gott, wie krass knapp war das. Süß war das knapp, süß. Absolut. Also, es sieht ganz gut aus. Ist eben noch zwei Gegner. Was macht denn da? So. So. Er käme, der muss fühlen. So. Ich bin jetzt hier. Das ist einfach schön gesehen. Ich habe gerade gefühlt einen Puls von 150. Das war's, er endet, jawoll, epischer Sieg, erstmal kurz einen nice und dance, aber damit wird ich jetzt auch das Video beenden.